Willkommen bei Gaming TV, heute testen wir Outlast Drills, die Multiplayer, endlich für PS5, viel Spaß. Vielen Dank. 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 Okay. 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 You deserve what you get. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Who is it you think you are? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wir sind in der anderen Ich glaube, wir sind in der anderen Lobby Okay Das sind andere Spieler Hinsetzen Alter, warte jetzt, da kann man Minispiele Okay Ich bin hier Okay Wir sind hier Hier Ich habe gewonnen. Das sind so Minispiele. Oder Schach kann ich nicht. Dann hat jeder seinen eigenen Raum, den er dort gestalten kann. Auch ich habe einen, ich glaube, dass das der ist. Okay. Wir sind alle hier um Hilfe. Any fear you're feeling is left over from the world out there. Here, we all love you. We built all of this just for you. Don't let the outside world creep in here. If you think you recognize someone, you're seeing who they used to be. Don't bring it up. That person is dead. Now, there's somebody wonderful. Somebody new. Anpassen. Oh. Okay. Das kostet alles Geld. Oh, das ist schon geil aus. Ich hätte auf das Spann. Das sieht geil aus. Ein paar Sachen haben wir wegen der Vorbestellung. Kann man nicht mehr auswählen? Schade. Oh, ja, kann man. Oh, ja, kann man. Who you are in the trial is who you are inside. Hmm. Mm-hmm. da bieten so geil was du alles machen kannst ich weiß schon wie ich meinen raum macht dann bezweck das waschbecken fliesen cool kann man sich nicht selber anpassen geht auch mit pc und playstation zwischen länger das ist das 18 spiele sind dort darum geht es auch noch weiter therapie level 10 erforderlich kann das ist eigentlich immer es drücken das betrifft jetzt drückt willkommen bei der start in der ok vier spieler können spielen wähle eine prüfung ist in der mission ok abzeichen ok kannst abzeichen verdienen ok abgeschossene prüfungen 0 für den gehlschlangen tote mit drei kann man freunde anladen nur freunde ok also ja 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 Da war ich noch. Okay, los 2. Okay, okay. Ja, hier gibt es die Mission. Prüfung. Okay. Es gibt Mission, ja. Wöchentliche Therapie. Okay, das sind die Missionen. Na bumm. Das ist nicht einmal alles, ich glaube, dass das dort noch weiter geht. Wählen wir. Ich glaube, besuchen. Machen wir mal, oder? Okay. Beliebte Prüfung ausgerübt. Das ist okay. Ach, das war's. Oh, shit. Oh, shit. Die Freiheit ist für dich. Ich habe zum zweiten Mal gewonnen. Wo kann man sich endlich umziehen? Das ist das nächste. Ich suche jetzt endlich. Wir sind hier. Das sagt sie. Ich kann es nicht so gut. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, Buh. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Dann lasst uns ein Spiel spielen. Kranker. Das ist jetzt der erste Hinweis schon. Okay. An was erinnert mich das gerade mit dem Schlüssel? Und mit dem Körper, dass das da drin ist. So? Ja. Oh, geil. Ich liebe Horrorspiele, sagst du. Wir sind da. So geil. Und wieder Aufzug. Töte den Verrichter. Pass auf, dass ihr keine Fallen uns aktiviert, weil dadurch verliert ihr dann Punkte. Okay, naja, wie gesagt, ich spiele das erste Ballen, falls ich jetzt irgendwie. Also eine Flasche, also es gibt so verschiedene Items. So Flaschen und Ziegelsteine, damit kannst du so Geräusche machen, kannst es irgendwo hinwerfen, dass Feinde weggehen. Weil das so oben, ist so Pingen, du kannst Gegner pingen quasi. Okay. Aber die Grafik schaut schon geil aus. Sieht gut aus. Türen aufbrechen, da auch noch eine paar Weile. Das geht nicht auf einmal. Okay, da kann man sich verstecken, da haben wir was ist das? Wer braucht einen Absatz? Das ist ganz gut. Wie kann man denn das weg tun, endlich? Dass ich wieder nur eine Hand habe. Das ist nicht weg. Okay. Das ist nicht weg. Okay, passt. Gut. So, jetzt erreichen. Sicherheitsform, kommt mit. Okay. Paschen am Anfang an. Verschlossen, Dietrich. Okay, da gibt es Dietrich hier auch. Ähm, was? Also bin ich schon durchgegangen. Also ich warte und warte. Ich glaube, das kenne ich von Pizzi. Ja, wir müssen jetzt irgendwas schieben, oder? Baaah. Die Grafik ist schon richtig schön gemacht. Oh, yes. Du darfst mit uns gleich spielen. Ja, jetzt sind wir nicht mehr geschützt. Okay, erreiche den. Erreiche den. Gut. Ähm, aufteilen ist nicht gut, oder? Ähm, wir könnten hier mal ein bisschen... Das brauchst du, also die Spritzen, ich weiß noch nicht. Ich glaube, die sind nur, falls jemand auf dem Boden liegt. Achso, Tod ist komplett, ja. Ja, ja, ja. Okay, zum Wiederbeleben, ja. Stehe. Einmal hier. Komm, ich bin jetzt ausversehen durch so eine Falle. Die hätte ich eigentlich hören müssen. Gibt es auch Gegenmittel? Ja, ja. So. Ähm, ich habe auch einen Dietrich. Also, Moment. Können wir die Tür aufmachen, ja. Was ist das für steckten? Okay, es steht da nicht. Falls ich irgendwie zu weit weggehe oder irgendwas, müssen wir sagen. Ich schaue mich ab's rum. Da ist eine Kiste, die kann man aufmachen. Wo? Ähm, Ampingen. Ah, so geht das gut. Ähm, ja, aber das kein... Das ist kein Gegenmittel. Hier könnte Gegenmittel drin sein. Naja, ich habe... Bei mir ist alles okay wieder. Ich war nur ganz kurz. Ähm, ich habe Adrenalin bei mir. Hm. Kann man Sachen hergeben, wenn man was... Wenn... Wenn... Wenn einer was braucht? Oh shit, wir werden gejagt. Oh, er ist tot. Oder? Nee. Nee, nee. Oder? Ist das gefallen, liga? Ich habe dir geholfen, glaube ich. Ja. Du hast jetzt auch Parallelos. Du brauchst auch Gegenmittel, liga. Oh, was. Erste Mal online spielen und man hat gleich deutsche Leute. Das ist super. Was ist das? Ah, Alter. Ja, ich habe einen Titel. Äh, geschlossene Behinderung. Das ist schnettgefetzt von meinem Paranoia, ja. Ah, wenn du weiter weg bist, höre ich dich dann nur noch... Das ist wie ein Gegen. Das ist wie ein Funkgerät. Ja, ich auch gerade. Ähm, ich sollte nur suchen. Okay, jetzt. Komm mal hin. Wieder zurück. Oh, hier, hier. Nathan, Abel. Ah. Warte mal. Ich habe wieder voller Verstand. Ja, bei mir ist auch wieder alles okay, aber ich weiß nicht, wie lange. Abgeschlossen. Okay, wir haben ihn. Ist mir so, shit. Irgendwer, ja. Ah, den müssen wir schieben, das weiß ich. Und dann kommen wir Gegner und ist wieder... Ja, das habe ich am PC gesehen. Aber ich... Jetzt müssen wir so stecken, oder? Sagt, was ist denn? Das ist gut. Please let me out. Ich starte den Generator. Gib mal her. Lass mich... Ah, nee. Strom. Ah, ja stimmt. Strom. Strom. Komm, komm. Ja, ich komme. Ich habe immer Angst, dass irgendwas kommt. Soll ich das auch aufmachen? Batterie, okay, super. Hier ist noch eine Batterie, falls jemand eine braucht. Ich habe schon eine, vielleicht eine andere. Komm mal her, wer Leben braucht. Braucht jemand Leben? Ich habe einmal Leben, danke. Nee, 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 aber du brauchst jetzt keines reinhauen. Komm mal hin. Ich bin voll, ich bin voll, Bruder. Ja? Bin ich auch voll? Ja, ich bin auch voll. Oh. Ja, egal. Mega, ich habe nichts erwischt noch. Kann man da runter oder was? Ja. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee. Ich glaube hier durch. Hat dich helft dir? Setzt. Ah, nee, das ist der Weg auf die Straße. Okay, okay, okay. Nee, nee, nee. Falsch. Das ist falsch. Ja, die tue ich. Kannst du zu... Ah, es bleibt eh offen. Kannst du zu gehen lassen. Ah, es dauert immer, okay. Ja, ich komme zu dir. Batterie haben wir da. Kante, komm hier runter. Runter. Ich komme, komme. Komme, 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 komme. Geht schon. Oh ja. Bingen das Feld hast du oben gewonnen. Ich sehe keinen noch. Oh, im Sinn. Ist ja gerade Black rumgelaufen. Hier, hier ist so ein Poster. Falls das einer noch nicht hat, aber ich nehme das. Nein, ich habe bloß gar nichts. Wie gesagt, das ist mein erstes Spiel. Hier, ich habe gefunden, Bruder. Ah, es sprült? Ich habe den erziehen können, das sei ja. Okay, cool. Ja, gut. Das finde ich... Scheiß, Falle! Ja, 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 ja. Da hinten ist der rechts in die Ecke gelaufen, der Typ mit dem... Wie gesagt, das ist schon kaum. Passi... Also das ist eine Falle, okay. Ja. Ja. Ich höre irgendwas schnaufen. Ach, ich habe die Batterie noch? Ja. Ich mache dieses Drückrätsel hier. Drückrätsel? Ja. Ja, ja. Okay. Andere Seite auch noch einmal. Ja. Ah, sorry, habe ich nicht gesehen. Drückrätsel ist voll. Cool. Wo ist er? Ich glaube, der kommt näher. Einmal dazu. Ja, ja. Zusprennen kann man nicht, gell? Ne. Hier. Ja. Ah, cool. Was ist hier hinten? Hier ist nochmal Sprit. Was ist das? Aufheben, was ist das? Gegenmittel. Ah, ich habe Gegenmittel, falls du... Oh. Ach du Scheiße, der kommt. Er ist hinter uns. Ja, er ist hinter uns. Oh. Fuck. Hier, komm. Zusammen einmal aufmachen. Äh, warte. Okay, dreh nur zu zweit. Ah, ich bin benommen. Fuck. Leute. Ja. 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 Komm, komm. Du hast den Sprit von hier genommen, oder? Du hast den Sprit wieder von hinten nehmen, oder? Ich habe den genommen, wo die Tür... Wo du... Auf... Oh, nein, nein, nein. Ich habe den Sprit, Bruder. Ich habe ihn Sprit. Ich tue gerade auffüllen. Er ist hinter uns. So. Ah, kommt gegen... An der Seite sind so Drückriffel. Geh mal an das eine... Ah, da. Er kommt, Bruder, kommt. Ah, Scheiße. Ich sehe nichts. Oh, das ist... Was muss ich... Was muss ich denn drücken?! Nur vier, ganz net... Nein. Umlegen. Ähm, muss ich gucken. Ich bin gerade dabei, um das Wäsche zu schaffen, aber... Was ist da oben, so ein Digger? Kann mir einer... Ah, warte. Alter, komm. Kann mir einer erklären, wie ich da umschau? Muss ich nur T4 drücken oder R2? R2. Ich tue ich gar nicht. Aber irgendwie... Mach du es schnell. Ich muss das Gegenmittel nehmen kurz. So. Ich sehe nichts. Jetzt sicher. Okay, ganz schad, ganz leicht. Das ist weg. Energie, ja, Energie. Ich sehe es. Steck's, Alter. Ich gehe dann abgeschlossen. Das ist wieder hoch zu denen, oder? Ja. Ich sag, ich brauche auch Batterie dann. Ich brauche ein bisschen Heilung, ja? Heilung? Komm zu mir! Ich kann wieder! Ich kann wieder! Ich kann wieder! Ah, einfach nur hingehen! Ich bin voll, ja! Ja, boah! Danke dir, boah! Cool! Wie viel hast du? Wie viel fehlt dir? Hinter dir! Hinter dir! Uuuuh! Komm, komm! Weg, 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 weg! Komm! Komm, komm, komm! Heben, heben, heben! Unten durch! Alle unten durch! Ja! Ich drück reiß! So! Achso! Geht gar nicht! Ja! Und alle durch! Nein, wir müssen weg! Ja! Wir müssen weg! Ich bin weg! Achso! Ich bin weg! No, ich bin weg! Ja! Ja! Genau, ich bin weg! Ich bin weg! Ich kann es weg! Wie geht das weg! Oh, ich hab eine Batterie. Zweite Batterie braucht wer. Ich hab markiert. So, als nächstes suchen wir die Reiche mitnehmen. Oh mein Gott! Pass auf, da hinten ist einer. Der kommt nicht mehr. Jetzt müssen wir was suchen finden. Achso, die Leiche, ja. Wo ist die Batterie? Ah, der mich schlagt. Die Batterie war da hinten. Wo ist denn die? Dahinter ist eine Tür. Warte. So, jetzt. Halt mal kurz offen. Ja. Ja. Warte, ich guck nochmal kurz hier. Okay, ne. Jetzt hat mich mal angerufen. Immer wenn ich zock. Bist du durch? Ja. Gut. So, jetzt müssen wir den Hinweis finden. Hinschlagen kann man nicht, oder? Ne, ne. Aber ich wurde geschlagen. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ich auch. Bisschen. Das ist ein Paranoiateil, Bruder. Oh, warte. Ne, hab ich nicht. Scheiße. Ich hab... Wo seid ihr? Einmal einen. Ah, da hinten. Ganz klein. Ja, ja. Komme, komme, komme. Wird rechts oben angezeigt. Wird rechts oben angezeigt. Schlüssel, Herz. So. Dann hier ist jetzt der erste Deiche mit Schlüssel, Herz. So. Hm, lecker. Genau. Ja. Und jetzt schieben. Wir machen die Mission gleich nochmal, weil das... Sch... Ey, schieben, oder? Ja. Wir versuchen das gleich fehlerfrei nächste Runde. Einmal fehlerfrei. Nochmal. So oft Hits jetzt gekommen. Ah, jetzt da vorne ist der Dicke. Einmal weg da. Ja. Ich hätte helfen, ja. Pssst. Uuuuuh. Oh, shit. Sackersinn. Shit. War ein Leben, da war ein Leben. Ja. Und ein Fragezeichen, was er immer das ist. Ja, da sind die Dings. Die Leichen halt, die Nächsten. Okay. Hier ist schon mal Auge. Auge. Komm lass einmal fort zur Tür rennen, dann wissen wir, was gesucht wird. Mhm. Stern. Wir suchen Stern. Stern, okay. Was... Was hat der? Oh, shit. Das ist kein Stern, das ist Orgel. Da waren wir schon. Ja, komm zu mir. Ja, komm zu mir. Geh weg von mir. Wo ist der scheiß Herz? Ah, Stern. Da hinten ist noch... Oh, shit, das ist eine Falle. Kann ich da vorbeigehen, oder? Ich hoffe es. Was ist das? Ja. Das ist... Ohne. Gut, das ist Mond. Ohne. Ich hab... Was ist das da vorne? Ah, ich brauch noch... Gegenmittel, wer braucht Gegenmittel von euch? Ich hab eins. Keine. Keine. Da... Ich hab grad Gegenmittel. Ich versteck mich grad. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ich hab acht. Ich hab gesagt, wie ist das? Ohne. Is das so viel? Ohne. Ohne. Wir haben einfach so vielebehistoric. Ohne. 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 Genau so sein durchgelaufen Was ist das, Dieter? Was macht man da? Wie oft spielt ihr das jetzt schon? Wie oft habt ihr das schon gespielt? Das zweite, das ist jetzt die dritte Runde Das war der falsche Ich denk mal gerade, was ich mache Halt die gedrückt Was? Ein falscher Du Achso Pass auf, da ist eine Falle gar nicht rein Boah, das war jetzt knapp Was sind das für Knöpfisch wieder? Oh nein Hase, oh Gott Bekommen jetzt, ich hab die Tür offen Ich bin da durch Oh Gott Oh nein Ich bin da Ich bin da Geh weg von mir Alter, ich hab Glück, dass ich jetzt nicht in eine Mine gelaufen bin Das war jetzt richtig knapp Ich bin da Oh ja ja Ist da was drin da gesperrt? Was? Ah, Leute Öffnet Tor 2 Alter, ich werde gerade oh shit du bist durchgelaufen weg von mir oh mein gott weg von mir da hinten ist aus zeit ist er weg wo ist der scheiß dinge da ich habe alles schon gefunden und dinge ist das da die trich ich habe dich leider nicht gesenkt zuerst das war zu verletzt warum stehe ich zweimal rett ach so das ist jetzt das bin ich dich geil oder man geile es nicht so Alter, wo ist der Scheiß-Stern, Alter? Mond. Kann man... Nee. Scheiß-Ding, Alter. Ja, wir sind doch schon... Für den Stern sind wir eh viel zu weit. Da müssen wir ja suchen, oder? Marion? Oh. Ah nein, Cleveon hat's rausgegangen. Oh. Ähm, ich weiß nicht wie viel Leben du hast, aber ich bin fast voll... Brauchst du Leben, oder hast du was? Äh, ich bin verrückt. Okay, schnell weg! Okay. Da ist ein Fragezeichen, ich glaub wir haben... Vielleicht... Zwei Fragezeichen hab ich da vorne. Da ist noch ein Medica... Da ist noch mal Leben, gell? Ich hab markiert. Okay, ja, es ist wohl vorbei. Okay. Ich weiß nicht was da drin ist. Ich kann... Also verschlossen. Dietrich brauchst du. Ja genau, ich... Jetzt hat mich was erwischt, Alter. Los geht's los, Alter. Fuck, Alter. Hast du? Die Stern hab ich. Okay. Ich bin jetzt... Sei es bei euch gegen Mitteln, oder? Ja... Bist du bei mir? Ja, komm mal mal die Tür auf. Ähm, ja. So, jetzt müssen wir den schieben, oder? Okay. Oh, scheiße. Du musst auch machen. Fuck, Schlüssel. Alter, ich kann... Mich wird gerade gejagt. Ich bin gleich tot. Oh, scheiße. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. So. Ich lenke ihn ab. Ich schaue, dass er zu mir kommt. Komm er. Er soll zu mir kommen. Da komm er zu mir, nicht zu ihm. Lass ihn schieben. Geh weg. Passt. Hase, den habe ich zuerst gesehen. Warte, der ist da hinten. Ich sehe ihn. Wir haben ihn ab. Wir haben den links jetzt gleich. Aber... Genau, ich gehe mal weg. Ich lenke ihn mal weg von dir. Wenn er mir nachreint. So. Gut, er ist weg. Ah, scheiße. Du bist tot. Du bist tot. Ich glaube, das hat sowas geschaut. Schnell, schnell, schnell. Ich lege ihn ab. Du bist tot. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie ist das noch? Heilmittel ist das geil. Oh, scheiße. Du bist tot. Okay, er ist weg. Dabei. Was ist das nächste? Oh, der geht vor dir vorbei, Alter. Lass ihn mir in Ruhe. Geh mich an, Alter. Geh mich an. Geh jetzt, geh hin. Schieb, 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 schieb. Er geht mir nach. Er geht noch... Er geht mich noch immer an. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir Karo, oder? Ja. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Ah, da... Oh. Wo war das Karo dann? Das habe ich, glaube ich... Oh, ich habe keine Batterie. Sehr schön. Ach, du Scheiße. Wie fühlst du denn? Überrascht mich da was hier. Oh, scheiße. Oh, da ist der Große. Wo war das? Ja, komm. Immer auf mich. Oh, okay. Ja, dann jetzt schieb ich. Wegen Mitte? Nee, aber ich sehe gerade eins. Ich bin gleich tot, gell? Ich bin tot. Oh Gott. Ich bin tot. Ja. Zum Glück läuft uns keiner nach. Danke schön. So, jetzt müssen wir den Scheiß Schlüssel suchen im Letzten. Ich habe Gegenmittel, wenn du brauchst. Oder was das ist. Okay. Ich nehme es mit. Da ist Fragezeichen. Ich glaube, hast du den Schlüssel? Okay, war das auch Fragezeichen. Ich gehe gerade hin, langsam. Aber auf mich... Da ist gerade ein... Der Typ wieder. Ja, jetzt brauchst du Gegenmittel. Oh Gott. Kann ich dir das, wenn du bei mir bist, irgendwie geben? Ja, ja. Ja. Ich habe... Ich habe einen Schlüssel. Falls hast du runter. Ja, ja, gleich. Ich zu gerade... Ich habe einen Schlüssel. Na, nehmen. Der haut mich gerade behindert. Ja, okay, das... Bleib... Achso, du kannst das nicht... Ah, du bist... Ich wollte das gerade geben. Man hört das auch. Ich werde gehauen von meiner Psychose, aber egal. Dann hebt mich einfach wieder auf. Da... Kann ich nicht aufheben. Ah, jetzt bleib stehen, bleib stehen. Und dann gebe ich dir das, oder? Bist du dann... ...wieder geheilt? Nein, nein. Ich brauche nicht. Okay. Dann schauen wir jetzt... Ich habe einen Schlüssel, gell? Gehen wir wieder... ... zum... Ja, gehen wir wieder zurück. Ah, das Spiel ist geil. Ehrlich. Oh ja, warte. Oh, danke. Das habe ich gebraucht. So, ich späre auf. Let's go. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wurzeln. Wurzeln. Geh dran und wurzeln den. Ja. Aber das darf nur im grünen Bereich bleiben. Wenn es zu hoch geht, wenn es in roten geht, gibt es Schaden an uns. Und hier ist gerade bei mir ist gerade der Hurensohn. Ich lenke ihn ab. Der ist bei mir. Ja, komm zu dir. Oh man. Nicht jetzt da. Muss das sein? Ich lenke... Ich gehe ein bisschen weiter weg. Sonst haben wir... Ja, jetzt bin ich tot, Alter. Jetzt ist aus. Ich habe das Teil wieder erwischt. Ja, super. Sehr schön. Aber ich habe das Gegenmittel, glaube ich, oder? Ja. So, ich komme wieder zu dir. Also der... Wie lange muss ich das halten? Bis zum... Oh Gott. Ah, der ist bei mir, der ist bei mir! Eiiiio! Ich bin tot. Scheiße. 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 Okay. Ich glaube, das wäre das letzte... ... oder die Mission. Letzte Mission. Ich meine... ... die letzte Mission. Ich, die erste Mission. Ja. Ich hoffe das geht. Oh... Danke. Ich versuch's wieder dabei. Ich hoffe, dass die jetzt bleibt. Ah, er kommt wieder zu mir. Ja, komm. Einsch... Das kann doch nicht sein. Der nervt, der Typ. Ich glaube, der kommt. Ja. Ich glaube, wir müssen den Wetter weglocken dann. Wenn es das jetzt noch rausgeht. Oh, millimeter. Ja, das ist so. Ja. Nein. Egal. Ja, aber auch wenn wir auch noch einen Schlag hinfinden. Ja. Jetzt muss ich kurz telefonen. Ja. 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 Ja, das ist das letzte jetzt, oder? Ja, ja, ja. Genau, und dann hätten wir wieder zurückgehen sollen. Ja, ja. Jetzt muss ich telefonieren kurz. Was ist das? Sind sie specifics Tutaj? Ja. Ja. Da. Da. Ich sitche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war der WP-Version. Oh, es steht da ein Stück. Oh, es steht da ein Stück. Oh, Gott. 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 hier hat's von Ich muss da rennen. Ich fahre auf meine Gehe. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist fucking... Hey, fuck. I don't know what you did. I just didn't hear you say it. We got fucking lost around here! We got fucking lost! Lost! Shit. You guys are ignorant, motherfucker. What? Ui. What's going on again? I don't know. 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 I'm not sure I didn't know. ... Ich decke mich jetzt, bitte, 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 bitte let me out. Das ist eine 20th-Century-Facility. Die Tür in den Locken von der Twin Mirakles von Elektrizität und Mechanized Convenienz. Das ist nicht so, was die Kriminale Jack-Offs zu tun, ist er? Er weiß, was du bist. Er weiß, was du bist. Was ist das hier? Oh, shit. Oh, God. Der war mir auch schon. Wo ist der blöde Kalle? Der blöde Kalle. 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 Den blöde Kalle. Mit der Kamera. Du bist die Lüde. Also diese personajes zu Ihr blöde Kalle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020